Harry sagt guten Morgen, heute am 10. Dezember 2018. Wir haben 7.46 Uhr, wir haben 20 Grad, leichter Wind, keine Wellen und gerade eben Sonnenaufgang hier am Strand von Maspalomas. Untertitelung im Auftrag des ZDF, bis zum nächsten Mal. So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann, auch wieder und sagen Asta manana